Die junge schwedische Greta Thunfisch wird in diesem Jahr mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Sie sei die kraftvolle Stimme einer jungen Generation, die unter dem Versagen der heutigen Politik leiden müsse. This is all wrong. Also ich sagte, 95 stand beim ersten Wettkampf. Ich habe alles über Sportrevue und Flex und was mit Fitness, wenn ganze Blödsinn was gegeben hat damals, mir angelesen oder angelernt. Mein Popo putzt sich ab wie jede andere auf. Mir gefällt das immer Leute zu provozieren und zu provokatieren und ja, das ist ganz cool. Das ist mit 140 Kilo, den in der Gegend rum zu glauben, finde ich geil. Kniebeuge, das stärkste, was ich gemacht habe, war mal 335. Habe ich gepackt zweimal. Ich bin aus dem Giebogenstunde raus, der erste ging gut, der zweite ging gut, der dritte ging gar nicht mehr. Habe ich gestanden? Dann ist es mir schlecht geworden, wenn ich mich beinahe und angreifte bin, ich will das nicht glauben, dass ich das nicht glauben will. Komplette Kreislaufersagen, Bündigkeit mit 335 Kilo nach hinten wegzufahren, ist stabil, ja. Da konnte ich das Studio wechseln, weil ich komplette Beinraumeinrichtungen vernichtet habe damals in Funkstadt. Kann ich mich noch entsinnen, ja, genau, kam die Erinnerung, das war geil, ja. Wenn die anderen in die Disco gegangen sind, weil ich im Studio habe trainiert, wer nicht trainiert, der wird keinen Erfolg haben. Ich mache so Wasser rein, so 300-400 Milliliter, in meinem Mixer. Das ist an einem ganz normalen Tonfisch im Wasser natürlich, ja. Können wir auf zwei Dosen machen, obwohl zwei Dosen wären dann 80 Gramm Eiweiß. Das langer lassen wir für die nächste Stunde. Also ich finde das ausgewogen, lecker, das schmeckt wirklich gut, ich meine, jetzt hat der eine Werfeldeibel. Aber probier das mal, das ist richtig geil. Richtig geil. Keine. Danke. 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 Danke.